Vielen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich bei Norbert Weikert. 100 Euro für den DBS. Herzlichen Dank. Karl-Heinz Schützmann von der Interessen-IDE-V-Dorsfelder-Vereine als Kassenwart hat uns 250 Euro mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Und die Kuchenspende heute hat die Firma Feldkamp geschniftet. Homburg Marktplatz ist das Geschäft. Firma Feldkamp. Herzlichen Dank dafür. Applaus 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 ein Boxer verarztet. Es geht gleich sofort weiter. Danke. Liebe Boxsportfreunde, wir haben heute hier zu Gast den Kulturmanager Horst Antje Lindemann. Er hat am 18. April den Stammtisch besucht und zwar zu unserem Ehrengast. Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin für dein Management. Steh doch mal rauf, komm, dein Kopf noch mal in den Ring. Im dritten Kampf stehen sich gegenüber rote Ecke Deinkberg Dominik. Gegen blaue Ecke kniert den Dorian Boxsportclub Asperger. Applaus Ringleiter ist der Sportkamerad Thorsten Woll. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 2. Teil Papier Pinck зdi Ring Das war's, 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 war's. Ohh,comings were created to semen. Es should be. Also for your paj offs scene at the Pis copy. Is it okay? Is it okay? Ges sind die. Zumachen habe ich ihr die indicator? Das ist ein richtig? Dieses Stück... Jetzt ist es ein richtiges. Kann man noch nie wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020